Ja, ich begrüße euch zur nächsten Programmvorschau, heute am 18.06.2023. Großartig, Worte verlieren ist hier sicherlich auch viel am Platze. Ihr seht es jetzt hier wieder und ich denke, das ist natürlich auch der überwiegende, sowohl zeitlich wie auch die Brisanz betreffende, ja, die Brisanz betreffende Aktion hier, dass ich dann da auch wieder Jakobs Predigt gespiegelt habe. Hab da auch das ein oder andere Mal vielleicht kommentiert oder wieder vergimmigt. Mögt ihr mir nachsehen. Er hat dann auch sich noch dazu geäußert mit der Situation da bei EFK Riedlingen. Fand ich dann auch klasse. Hat da auch keinen Namen genannt und schon gar nicht werde ich dann Namen nennen, aber die es ein bisschen verfolgt haben, wissen glaube ich schon, um was es geht. Egal, das ist das Haupttopic. Aber natürlich so ein paar Randerscheinungen kommen am Anfang natürlich dann auch rein. Und wenn ihr es dann wieder schauen wollt, hören wollt, gerne bei VK, bei Bitschut, bei Odyssee oder Rambl. Ja und dann, wie ihr habt, vielleicht bis gleich. Macht's gut, tschüss. Ja und dann, wie ihr habt. Vielen Dank.